Wir Katholiken werden immer wieder gefragt, ob unser Gott uns denn wirklich so fern sei. Denn warum bitten wir Gott nicht einfach selbst um Verzeihung? Warum brauchen wir Interzessoren? Interzessoren sind Menschen oder Objekte oder Kräfte oder Wesenheiten, die für jemanden fürbittend intervenieren, fürbittend einstehen. Und aus katholischer Sicht sind das zum Beispiel Priester, natürlich die heilige Jungfrau und Gottesmutter Maria und die Heiligen, die als Fürsprecher für uns auftreten können. Wir können zum Beispiel zu unserer Mutter, zur Mutter aller Gläubigen, zur Mutter der Kirche, zur heiligen Jungfrau und Gottesmutter Maria beten und sie um Fürsprache bitten. Wichtig ist, dass ein Gebet zu Maria keine Verehrung und keine Anbetung der Jungfrau Maria ist, sondern ein Gespräch mit unserer fürsorglichen und liebenden Kirchenmutter und Himmelmutter. Und das ist ein Unterschied. Wir Katholiken verehren Maria also nicht als Gott und verehren auch die Priester nicht als Halbgötter oder sonst irgendetwas. Wir brauchen diese Interzessoren, weil sie uns helfen, den Weg zu Gott zu bereichern. Gott ist nicht fern und Gott ist auch nicht unerreichbar. Gott wünscht eine enge Beziehung zu jedem Menschen. Katholiken können Gott übrigens jederzeit direkt ansprechen, zum Beispiel im Gebet. Und wir als Katholiken tun dies auch regelmäßig, nicht nur im Gottesdienst, sondern wir beten jeden Tag zu Gott. Jeder vernünftige, jeder aufrechte, tiefgläubige Katholik betet jeden Tag zum Allmächtigen. Und deswegen pflegt er natürlich einen ganz intensiven Kontakt und Austausch mit und zu Gott. Aber warum braucht es dann diese Interzessoren? Und ich will es euch erklären. Priester sind Vermittler. Vermittler auf der einen Seite des sakramentalen Lebens. Sie stehen als Werkzeuge Gottes im Dienst, wie die Apostel. Besonders in den Sakramenten. Jesus selbst hat das Priestertum durch seine Apostel eingesetzt. Johannes 20, 21 bis 23. Die katholische Sicht sieht also den Priester als Vermittler der Gnade in den Sakramenten. Insbesondere der Eucharistie und der Beichte, wo Gott direkt handelt, um den Menschen näher zu kommen. Und übrigens ist dabei eben auch ganz wichtig zu bemerken, dass das Amt des Priesters vor allem in der Beichte eines des Trainers ist. Er hat eine Trainerfunktion, der Priester. Ich will das erklären. Wenn wir Sport machen, dann können wir doch nicht sagen, naja, kannst du deinen Sport denn nicht alleine machen, wenn du ein guter Sportler bist? Wozu brauchst du denn einen Trainer? Jeder Mensch denkt sich dann, naja, das ist ein ziemlich sinnfreier Einwand. Gemessen an der Tatsache, dass der Trainer nicht blockiert, nicht dich hindert oder dich steuert, sondern dich persönlich unterstützt, auf deinem Weg ein guter Sportler zu werden. Und wenn du es schon bist, dieser gute Sportler zu bleiben. Genauso ist der Priester jemand, der unseren Weg der Vergebung unterstützt. Beichte ist nicht einfach zu sagen, ja, sorry Gott, kommt nicht wieder vor. Sondern es ist auch ein innerer Prozess, der etwas anstoßen muss. Es ist ein Transformationsprozess, der dich von der Sünde loslösen soll. Und dabei unterstützt dich der Priester eben. Maria und die Heiligen sind Fürsprecher. Katholiken glauben nicht, dass Maria und die Heiligen notwendig sind, damit wir zu Gott kommunizieren und selbst nicht zu Gott kommunizieren, sondern sie unterstützen uns auf unserem Weg zu Gott. Wie Freunde, die für uns beten, bitten auch Maria und die Heiligen bei Gott für uns. Wie eine Mutter kümmert sich Maria um uns. 1. Timotheus 2, 1-4 darf ich nur erwähnen, wo Paulus die Gläubigen ermutigt, füreinander zu beten. Die Heiligen sind Teil der Gemeinschaft der Heiligen. Im Leib Christi, in der Kirche, im Leib Christi vereint, die uns durch ihre Fürsprache hilft, näher zu Gott zu gelangen. Trotzdem ist und bleibt natürlich Jesus Christus der einzige direkte Mittler zwischen Gott und den Menschen. 1. Timotheus 2, 5. Aber das bedeutet selbstverständlich nicht, dass wir keine anderen Fürsprecher haben dürfen. Es ist ja wie in einer Familie. Obwohl der Vater der wichtigste Ansprechpartner und das Oberhaupt der Familie ist, kann man auch seine Mutter oder Geschwister um Hilfe bitten. Maria und die Heiligen bitten uns aus, Liebe zu Jesus und ihre Fürbitten hindern uns nicht daran, direkt zu Gott zu gehen, sondern sie stärken unser Gebet. Sie stärken unser Gebet und sie helfen uns bei unserem Weg und bei unserer Kommunikation mit Gott. Katholiken glauben eben auch an die Allgegenwart Gottes und daran, dass er jederzeit für uns ansprechbar ist. Der heilige Augustinus sagte so schön, Gott ist uns näher als unser eigenes Selbst. Die Sakramente, die Fürsprache der Heiligen und das Gebet vertiefen unsere Beziehung zu Gott. Sie schmälern sie nicht. Gott ist also keineswegs fern, sondern die Kirche bietet vielfältige Wege an, um uns Gott noch näher zu bringen. Und warum funktioniert denn das Priesteramt überhaupt? Weil Christus es eingesetzt hat. Warum kann uns denn der Priester bei der Beichte unterstützen? Ja, weil Golgatha eben nicht egal ist. Es relativiert ja Golgatha eben nicht. Es bestärkt und bekräftigt es, weil diese Ämter ja ohne Golgatha überhaupt gar nicht existieren können. Ohne die Erlösungstat, ohne das Erlösungswerk Christi kann das ja überhaupt nicht funktionieren. Das bedeutet, wir als Katholiken sagen nicht, ja wir müssen zu Maria beten, weil wir entweder keinen Mumm haben oder keine Möglichkeit direkt zu Gott zu beten. Jeder kann mit Gott sprechen und jeder kann Gott um Vergebung bitten, aber Maria und die Priester sind eben uns unterstützend auf diesem Weg und wir brauchen Unterstützung. Deswegen sind sie auch nicht zässiv und das blockiert nicht unseren Weg zu Gott, das stärkt ihn eben auch weiter.